Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Heute mit Gerhard Wiesheuer, er ist Vorstandssprecher des Bankhaus Metzler hier in Frankfurt. Herr Wiesheuer, schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Wir sind das zweite Mal bei Ihnen. Wir treffen uns im Stammhaus des Bankhaus Metzler. Und als wir uns das letzte Mal hier trafen, da bezeichneten Sie diesen Ort als Sprungbrett in die Zukunft. Steht die Frage bei einem Traditionshaus wie Metzler. Ja, welche Zukunft strebt die fünftälteste Bank der Welt denn an? Ja, wie Sie richtig sagen, wir haben eine lange Historie. Wir feiern dieses Jahr 350 Jahre Jubiläum. Und so ein Jubiläum bringt ja auch einen zum Nachdenken über die letzten 350 Jahre. Was hat jetzt alles passiert? Und man kann schon erkennen, dass diese 350 Jahre das Bankhaus sehr geprägt haben. Vor allem die DNA, das Wertegerüst. Und da ist uns sehr wichtig, die Unabhängigkeit, die Menschlichkeit und das Unternehmertum. Das ist alles in unserer DNA. Und diese Unabhängigkeit ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir auch in Zukunft unsere Kunden aus einer Unabhängigkeit heraus beraten können. Das heißt, frei von Interessenskonflikten, eigene Ideen einbringen und nicht abhängig sein von außen, sondern dem Kunden Interesse folgend. Und diese Entwicklung, die wollen wir weiter so betreiben und diese Unabhängigkeit für uns als höchstes Gut weiterentwickeln und pflegen. 350 Jahre, Sie haben es erwähnt, 350 Jahre ist Metzler auch mit dem Finanzplatz hier verbunden. Da wirken ganz ehrlich die vier Jahre seit unserem letzten Gespräch eigentlich verschwindend wenig. Welche Rolle spielt Tradition an einem Finanzplatz und in einer Industrie, die eigentlich von Dynamik, von Veränderung lebt, wo Dynamik und Veränderung zur Normalität geworden sind? Der Eindruck ist, dass sich das ausschließt. Tradition, wie Sie gerade sagen, Dynamik. Aber wir sehen das am eigenen Bankhaus und auch für den Finanzplatz. Es ist eine symbiotische, würde ich sagen, Koexistenz. Also man braucht einerseits die Historie, Zukunft hat Herkunft. Das kennen wir, diesen Slogan. Und der ist auch in der Realität wirklich so anzutreffen. Aber man muss natürlich gleichzeitig, muss man immer die Zukunft im Blick haben. Man muss sich weiterentwickeln. Man muss auf Veränderung reagieren und zwar schnell reagieren. Schön ist, wenn man vor der Kurve ist, aber das ist nicht immer der Fall. Aber wenn man Dinge erkennt, muss man sich dann entsprechend aufstellen und Chancen wahrnehmen. Das war bei uns in der Bank so in den letzten 350 Jahren. Und das war genauso am Finanzplatz. Also wir hatten ja auch hier bei Metzler einen Friedrich Metzler 1750, 60. Auch er hat damals schon überlegt, er hat einen Aufsatz geschrieben über eine Zettelbank, also eine Zentralbank, die der Finanzplatz bräuchte. Und solche Ideen aufzugreifen und dann wirklich in die Tat umzusetzen, das sind die Dinge, die die Dynamik, die Veränderung für einen Finanzplatz bringen. Engagement für den Finanzplatz. Sie haben das Amt des Präsidenten von Frankfurt Main Finance, der Standortinitiative, vor vier Jahren übernommen. Das war eine schwierige Zeit. Unser Gespräch fand unmittelbar nach dem ersten Covid-Lockdown statt. Wie hat sich der Standort, wie hat sich die Industrie hier seither entwickelt? Ja, das war in der Tat eine schwierige Zeit, weil der Lockdown kam ja dann gleich und es war schwierig am Anfang zu kommunizieren. Aber das war nur eine relativ kurze Zeit. Wir haben alle gelernt, dann über PCs, über mobil zu kommunizieren. Wir haben die Videokonferenzen genutzt und wir haben auch mobiles Arbeiten gelernt dabei. Also das haben wir als positiven Takeaway, denke ich mir, auch in die Gegenwart gebracht. Und der wird natürlich auch in der Zukunft weiter wirken. Es hat sich sehr viel getan. Es waren natürlich noch die Ausläufer vom Brexit zu sehen. Wir haben die Aufsichtsbehörden, also die BaFin konkret, hat ja 60 Lizenzerweiterungen, neue Lizenzen vergeben. Das ist eine Menge. Viele der neu hierherkommenden haben ihre EU-Hubs aufgebaut oder die da waren. Die haben das abgegradet. Die Kunden wurden neu ongeboardet, die früher an London hing, an den Finanzinstituten. Das hat man dann hier vor Ort gemacht, über einen langen Zeitraum. So ein Onboarding dauert zwei Jahre, wenn es eine große Bank ist. Also das ist schon eine große Herausforderung gewesen. Und dann auch die Bilanzsumme, die verlagert wurde, das sind ungefähr so zwei Billionen, kann man sagen. Das ist schon wirklich viel und es sind 7.000 neue Stellen entstanden. Und all das hat man auch in dieser Zeit schön beobachten können. Und ich muss sagen, Frankfurt, mein Finance, hat da einen großen Beitrag geleistet, damit diese Dinge eben so kamen, wie sie gekommen sind. Jetzt ist es auch eine Zeit gewesen, in der die Bankindustrie insgesamt im Umbruch war. Und als eines der ersten Ziele hatten Sie für die Finanzplatzinitiative damals formuliert, wieder mehr Vertrauen gewinnen. Vor allem bei der jüngeren Generation und um finanzwirtschaftlichen Argumenten mehr Gehör zu verschaffen. Wie gut werden sie inzwischen gehört? Also da hat sich sehr viel getan. Da hat sich auch, würde ich sagen, ein Meinungsumschwung gegeben, zum Positiven hin. Man hat auch gesehen in der Finanz-, in der Pandemie-Krise, dass auch die Gelder, die dann vom Staat verteilt wurden, an die, die es eben schwer erwischt hat in der Krise, dass das nur über den Bankensektor möglich war. Das hat schon was ausgelöst bei den Menschen. Wir haben bei Frankfurt mein Finance Initiativen gestartet, Konsultationen mit jungen Leuten, aufgeklärt über das Finanzwesen. Aber auch, was gibt es für Berufsbilder? Und eine Bank, da denkt man ja nur an Finanzen, aber da gibt es ja mehr. Da gibt es IT, da gibt es Unternehmenskommunikation, da gibt es eine Personalabteilung, da gibt es ja ganz viele Berufe, die damit in Verbindung gebracht werden. Und das, denke ich mir, haben wir in der Zeit erreicht. Aber ich hänge auch ein Aber dazwischen oder dahinter, weil es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Also das muss man immer wieder weitermachen, weiterpflegen. Aber wie gesagt, ich habe schon den Eindruck, dass wir da gut vorangekommen sind. Stichwort Fachkräfte, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Als Standort im europäischen Vergleich hat Frankfurt vor allem durch die Ansiedlung von, ich sage mal, Regulatorikinstitutionen Schlagzeilen gemacht. Stichworte sind hier ISSB und die Geldwäschebehörde AMLA. Paris zieht dagegen viel mehr Kapitalmarktgeschäft an. Wie kann Frankfurt, Rhein-Main und auch der Finanzplatz Deutschland dennoch wirtschaftlich von den Ansiedlungserfolgen profitieren? Also ISSB, was Sie genannt haben, AMLA, das sind wirklich große Erfolge, muss man sagen. Weil diese Behörden ziehen natürlich auch wieder, die haben eine Sogwirkung und eine Strahlkraft. Strahlkraft nach außen hin, weil der Finanzplatz, ich meine, wenn die AMLA hierher kommt, das spricht für die Qualität. Auch eine ISSB, das ist ein internationaler Standardsetter, muss man sich mal vorstellen, dass das hier in Frankfurt passiert. Das zieht auch wieder viele Finanzinstitute an, aber nicht nur, sondern alles, was dieses Ökosystem, wie man so schön sagt, das wird dadurch größer und tiefer. Und was man auch nicht vernachlässigen darf, ist der Fakt, dass dadurch natürlich hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Und diese Arbeitsplätze wiederum tragen zur Liquidität des Arbeitsmarktes bei, weil da gibt es natürlich horizontale Durchlässigkeit. Leute, die von den Banken zu den Behörden wandern, aber auch umgekehrt. Das heißt, es hat ja auch eine ausbildende Funktion für Fachkräfte am Finanzplatz. Und das ist meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiger Faktor. Würden Sie sagen, der Standort wird dadurch diverser? Das würde ich auf alle Fälle behaupten, ja. Diverser in vielerlei Hinsicht. Das ist natürlich die Berufe, die in der Regulatorik sind, Risikomanagement etc. Das ist das eine. Aber auch diese Fachkräfte, die angezogen werden, die kommen ja aus ganz Europa, die kommen aus der ganzen Welt, kann man sagen. Also von dem her ist das ein richtig guter Standortfaktor für unseren Finanzplatz. Frankfurt habe die Chance, der Finanzplatz der EU zu werden, haben Sie mal gesagt. Wie weit sind wir auf diesen Weg in den vergangenen Jahren gekommen? Also wir haben einen großen Schritt gemacht nach dem Brexit. Wir haben uns gerade unterhalten über die Ansiedlungserfolge und was alles positiv geschehen ist. Wir müssen natürlich weitermachen und es sind nicht nur rein ausschließlich die Finanzdienstleistungen, sondern es geht weiter. Also es ist ein breites Feld, was man bespielen muss. Da geht es los mit Bildung, mit Schulen. Das ist wirklich internationale Schulen für die Menschen, die von außen kommen, für die Familien. Das ist wichtig. Die Kultur spielt eine große Rolle. Was kommt auf mich zu, wenn ich nach Frankfurt komme? Habe ich ein English Theater oder habe ich es nicht? Das ist für den einen oder anderen vielleicht zweitrangig. Aber es ist doch ein ganz wichtiges Signal nach außen. Und man kann diese Dinge natürlich, wenn man mit Familien herkommt, man kann sie nutzen. Und das sind ganz viele Hebel, die wir in Bewegung setzen müssen und die dann zu einem Gesamtbild beitragen. Es sind ja im Zweifelsfall auch gegenläufige Entwicklungen, dass man sagt, zum einen die Finanzplätze leben ja arbeitsteilig. Auf der anderen Seite gibt es einen gesunden Wettbewerb. Deswegen nochmal die Frage, wo sehen Sie Frankfurt? Was macht es aus, dass man sagen kann, Frankfurt ist der Finanzplatz in der EU? Also es gibt natürlich viele Gebiete, Bereiche, die Sie angesprochen haben. Und es wird auch arbeitsteilig in der EU eine Aufstellung geben. Man hat nach dem Brexit gesehen, Vermögensverwaltung. Da hat Irland, Luxemburg profitiert. Sie haben den Handel angesprochen, Paris etc. Wir hatten mehr Erfolg auf dem Bereich der Banken. Das muss auch nicht immer so bleiben. Also es bewegt sich auch. Die politische Landschaft verändert sich. Das hat auch Einfluss auf Standortpolitik etc. Das heißt, wir müssen da dranbleiben. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, was schwebt mir vor? Was soll jemand von außen wahrnehmen, wenn er an Frankfurt denkt? Dann ist das vor allem das Thema Green Finance. Und da sind wir gut aufgestellt. Da haben wir viel zu bieten. Das Land an sich hat international eine gute Reputation. Und wenn man so reinguckt in unser Finanzmarkt-Ökosystem, dann sind wir da auch im Vergleich zu anderen Finanzplätzen gut aufgestellt. Und das ist natürlich ein Thema, das beschäftigt nicht nur uns, sondern die ganze Welt für die nächsten Jahrzehnte. Stichwort ganze Welt vor vier Jahren war unbestritten, dass es die engen Kontakte nach Nordamerika, Asien und anderen wirtschaftlich dynamischen Regionen der Welt braucht. Mittlerweile machen Schlagworte die Runde wie Decoupling, die Deglobalisierung zum Beispiel. Welche Rolle spielt die internationale Vernetzung für den Standort noch? Beziehungsweise wie verändert sich diese Rolle? Also ich glaube, jeder, der in dem Geschäft tief drin ist, der weiß, die Internationalität ist extremst wichtig. Wir leben ja davon im Finanzgewerbe, am Finanzplatz, dass wir uns international gut aufstellen, dass wir gut vernetzt sind. Wir haben das auch bei Frankfurt Main Finance wirklich mit allem Nachdruck betrieben. Wir haben mit Montreal MOUs abgeschlossen, mit chinesischen Finanzplätzen, mit kleinen auch, mit Oman zum Beispiel, aber auch mit sehr großen wie mit Tokio. Mit Tokio zum Beispiel haben wir eine Transformationspartnerschaft abgeschlossen. Das ist ein Thema, das bewegt große Volkswirtschaften. Wie kann man das finanzieren langfristig? Was muss man verändern, gesetzlich verändern? Da gibt es natürlich Dinge wie die Verbriefung, die man dazu braucht, die IPOs, das Fremdkapital, das Eigenkapital. Da können wir voneinander lernen. Da sind wir gar nicht in Konkurrenz, sondern man lernt voneinander. Und das müssen wir auch weiter so betreiben. Auch gegen einen Trend der De-Globalisierung im Bereich verarbeitendes Gewerbe müssen wir dagegenhalten. Da müssen wir uns so aufstellen, dass wir das auch weiterhin so betreiben können wie in der Vergangenheit und vielleicht noch eins draufsetzen für die Zukunft. Der Blick in die Zukunft. Ich blicke nochmal einmal kurz zurück in die Vergangenheit. Sie erinnern sich vielleicht bei unserem ersten Podcast. Wir haben immer eine kleine Unterbrechung drin. Und diese Unterbrechung ist fünf kurzen Fragen gewidmet, wo ich Sie um eine kurze Antwort bzw. Vervollständigung der Sätze bitte. Wenn Sie bereit sind, fangen wir einfach nochmal an. Was würden Sie heute sagen? Mein erster Eindruck von Frankfurt war? Gemischt. Und warum gemischt? Als ich hier ankam, dann war die Stadt, muss ich sagen, vom Optischen her nicht so attraktiv. Die Mainufer, da parken die Autos etc. Das ist jetzt ganz anders. Das ist ein attraktives Stadtbild, muss ich sagen. Gemischt auch deshalb, weil ich von Anfang an was Positives erfahren durfte. Und das Positive ist die Offenheit dieser Stadt. Dieses internationale, offene, auch wenn Sie von außen kurz nur da sind, haben Sie sofort Anschluss. Und Sie kommen in die Stadtgesellschaft. Das macht Frankfurt ausfindig. Meine schönste Begegnung hier war? Die schönste Begegnung war mein erstes Treffen und dann lang zusammenarbeitend mit Friedrich von Metzler. Er steht nämlich für die Stadt. Er steht für den Finanzplatz. Er war lang Börsenpräsident. Er war bei der Gründung dabei von Frankfurt Main Finance. Es war ihm immer ein Anliegen, dass die Stadt vorankommt, der Finanzplatz vorankommt. Und er motiviert uns auch intern. Und das ist nicht nur der Vorstand oder früher die Partnerschaft, sondern das ganze Haus, dass man sich engagieren soll. Und diesen Spirit, den verkörpert er. Mein größter Erfolg war? Ich würde das Main streichen und würde sagen, unser größter Erfolg war die Ansiedlung von ISSB. Sie, auch AMLA. Und warum sage ich uns? Weil es einer allein sowieso nicht hinbekommen kann, sondern es ist das ganze System. Die Menschen, die sich da drin bewegen, die müssen zusammenarbeiten. Und das haben sie getan. Und das hat mich so positiv überrascht und motiviert, muss ich sagen. Das ist ein ganz großer Unterschied, denke ich mal, auch zu anderen Finanzplätzen. Meine größte Herausforderung ist das Zeitmanagement. Und zwar die Allokation der Zeit. Zwischen meinem Hauptberuf, also die Bank hier, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Aber auch die Engagements draußen. Wie der Finanzplatz, Georg Speyerhaus und was es alles gibt, was ich mache. Weil da auch Herzblut drin ist. Und deshalb ist es immer schwierig zu entscheiden, links oder rechts. Aber das ist die größte Herausforderung, würde ich sagen. Mein größter Wunsch ist? Der größte Wunsch ist, dass sich der Finanzplatz dynamisch weiterentwickelt und an noch größerer Bedeutung gewinnt. Herzlichen Dank für diese kurzen Antworten. Was die Bedeutung des Finanzplatzes angeht, so werden Sie weiter aktiv sein. Nicht mehr in der Rolle des Präsidenten, aber immer noch in den anderen Engagements. Sie hatten es eben beim Zeitmanagement erwähnt. Und Sie sind ja auch international unterwegs. Sie selbst pflegen langjährige und intensive Beziehungen beispielsweise zu Japan. Wie sehr hat Ihnen das bei der Arbeit für die Finanzplatzinitiative geholfen? Das hat mir sehr geholfen, weil ich war damals als junger Mann Anfang der 90er Jahre in Tokio und durfte damals für die Commerzbank die Vermögensverwaltung, die Institutionelle aufbauen, also gründen und leiten. Und ich war zu einer Zeit in Japan, das war 1990 bis 1999, da gab es den Big Bang. Und ich habe den Big Bang, den gab es ja früher auch mal im UK, in England, aber ich habe ihn live in Japan mitgemacht. Und der Big Bang war eine Liberalisierung von Finanzplatz, da gab es keine Hürden mehr. Dieses Equal Level Playing Field war plötzlich da. Also es gab keine Bevorteilung mehr der Inländer- oder Ausländernbenachteiligung, sondern es war gleich. Und das bedeutete, dass gigantische Kräfte freigesetzt wurden. Also diese Kräfte haben dann den Finanzplatz nochmal entwickelt und haben ihm Schub gegeben. Und ich habe auch erlebt, ich meine, Japan hat den zweitgrößten institutionellen Markt, Pensionsfondsmarkt. Also da sind Gelder da, die mobilisiert werden können für Finanzprodukte etc. Und das als junger Mann erlebend, hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen. Und das zeigt mir auch jetzt die Kapitalmarktunion, unser Finanzplatz, diese Finanzierung Richtung Transformation spielt ja voll rein. Und das hat mich schon geprägt und das hat mir auch geholfen, muss ich sagen. Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit sollte die Sicherung eines Talentpools werden. Wir haben über Fachkräfte vorhin schon gesprochen. Inzwischen gibt es deutlich mehr Beschäftigte in der Branche. Die Zahl der Institutionen ist gewachsen. Allerdings klagen viele Häuser über eine drohende Nachwuchslücke. Was kann noch getan werden, um die Attraktivität der Finanzbranche zu steigern? Also ich glaube, wir sind, was die Hochschulen anbelangt, die drei, die wir hier vor Ort haben, die sich ja vornehmlich darum kümmern, auszubilden, da sind wir gut aufgestellt. Wir haben Institutionen wie FIRM zum Beispiel, Risikomanagement. Es gibt ganz viele Institutionen, die uns hier sehr, sehr stark helfen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich in einer Situation, das trifft auch für unser Haus zu, in den nächsten zehn Jahren geht ein Drittel der Belegschaft aus. Die Babyboomer gehen in Rente. Und die Frage ist, was kommt nach? Es kommen weniger Menschen nach als früher. Das ist klar, die Geburtenraten gingen zurück. Das kann man sehr schön auch rechnen. Ich glaube, dass wir durch die Kombination, wir brauchen junge Menschen, durch das man das Berufsbild darstellt, auch an den Hochschulen nochmal gut vermittelt. Was bedeutet das? Weil viele denken ja heutzutage auch Richtung Purpose, Inhalt oder sinnvolle Tätigkeiten. Und wenn man Finanz hört, dann bei vielen, glaube ich, ist es wirklich, da denkt man an die Wall Street vielleicht und an Handel etc. Aber Finanzen, wie wir wissen, ist ja viel mehr Vorsorgegelder managen. Da hängen Rentner dran. Da hängt ja viel Sozialkapital dran etc. Dieses ESG, das ist sinnvoll. Das müssen wir nochmal, glaube ich, gut immer in den Vordergrund stellen. Dann muss man auch sagen, dass die demografische Entwicklung einmal ist eine Bedrohung, aber auf der anderen Seite ist auch eine Chance. Und die Chance, wir wissen jetzt, dass sehr, sehr viel technisch passiert und möglich ist. Wir haben selbst das Haus als erstes Finanzinstitutionen, haben wir letztes Jahr einen Voranteil tokenisiert und mit dritten auf der Basis der Blockchain gehandelt. Und das haben wir deshalb gemacht, weil wir uns überlegen, wie sieht unsere Bank in fünf Jahren aus? Wo brauche ich Stellen? Wo muss ich die besetzen? Mit neuen Köpfen, mit jungen Menschen. Aber wo wird uns die Technik viel abnehmen? Und da denke ich mir, können wir oder werden wir jetzt gezwungen, in diese Richtung zu denken. Weil wir brauchen an anderer Stelle, brauchen wir Menschen. Jetzt ist die Frage, Allokation und wo sind die Stellen, wo ich die jungen Leute brauche. Weil wir werden, da haben Sie völlig recht, weniger an Pool zur Verfügung haben. Sie haben die Frage eben formuliert. Wir müssen überlegen, wo wir die Menschen brauchen. Was schätzen Sie, wo brauchen wir die Menschen? Also ganz klar, wir brauchen sie am Kunden. Wir brauchen die Menschen, die Dienstleistungen nicht nur anbieten, die sie leben, dieses Netzwerk mit dem Kunden aufbauen, das Vertrauen aufbauen. Und das Vertrauen geht nicht über KI oder über andere technische Hilfsmittel. Das sind unterstützende Maßnahmen. Aber das Bankgeschäft, wenn man es runterbricht, ist Vertrauen. Und das können nur die Menschen. Und wenn sie dienstleistungsorientiert unterwegs sind, nicht irgendwas haben wie die Baufirma, wo sie den Stein sehen oder so, sondern wo sie die Menschen im Vordergrund ist, dann ist es natürlich bei uns das Vertrauen, was nur die Menschen verkörpern können. Vertrauen gewinnen, das bringt mich zurück auf Ihr Vorhaben, als Sie als Präsident von Frankfurt Main Finance gestartet sind. Sie hatten damals einen Zehn-Punkte-Plan formuliert und die beiden Megatrends der Branche Green Finance und Digitalisierung schon angesprochen. Wo sehen Sie den Standort heute in diesen Punkten? Also Green Finance, da haben wir uns schon, denke ich mir, sehr gut positioniert. Da haben wir auch, wenn Sie jetzt die Anleihen sich anschauen, die begeben wurden, da haben wir eine Vorreiterrolle. Green Bonds, da ist viel passiert. Es hat sich natürlich regulatorisch auch viel getan. Stichwort Taxonomie, da gibt es jetzt mehr. Das kann man halten davon, was man will. Also manche sagen, oh, das ist überbordend etc. Vielleicht der ein oder andere Teil. Aber es gibt Sicherheit. Es gibt Sicherheit in der Regulierung und es ist definiert, was ist ein Green Bond. Und das hat der Standort sehr, sehr gut entwickelt. Da sind wir weit vorne. Digitalisierung, ich meine, die Infrastruktur in Frankfurt ist natürlich genial. Wir haben den größten Internetknoten hier. Wir haben viele Rechenzentren hier. Also die Infrastruktur, die könnte besser nicht sein, muss man sagen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich in der Hinsicht noch mehr machen. Aber wir sind gut positioniert, würde ich sagen. Es hängt jetzt davon ab, wie man das weiterentwickelt. Und ich glaube, dass wir da alle den Sinn bzw. die Notwendigkeit auch erkannt haben. Es hat sich viel getan in den vier Jahren, die seit unserem letzten Gespräch auch vergangen sind. Lassen Sie die vier Jahre mal Revue passieren. Worauf sind Sie am stolzesten? Worauf sind Sie am meisten stolz? Am meisten stolz, würde ich sagen, in der Zeit war dieses Erreichen, dass wir gemeinsam für den Finanzplatz eintreten. Gemeinsam. Und das ist eben wichtig, dass wir die Protagonisten, die hier unterwegs sind, die was bewegen können, dass die nicht einzeln unterwegs sind, sondern gemeinsam. Und da ist natürlich Frankfurt, Main Finance, da werden alle gepoolt, auch unser Haus, wir sind da unterwegs. Und das hat mich am meisten fasziniert, dass man den Hörer in die Hand nehmen kann, die Menschen anrufen kann und weiß, der steht dahinter, der ist eine sichere Bank, der hilft aus. Und diese gemeinsamen Nenner, diesen Finanzplatz nach vorne zu bringen, das denke ich, das ist so, wo wir alle stolz drauf sein können. Sie kommen als Privatbanker aus dem Beratungsgeschäft. Da haben Sie mal gesagt, das sei kein Muskelgeschäft. Beratung ist immer stark Know-how und Wissensgeprägt. Das passt auch zu nachhaltiger digitaler Transformation. Welche Eigenschaft braucht es in der kommenden Zeit, um das Wachstum hier am Standort fortzusetzen? Also ganz wichtig sind natürlich Faktoren wie, wir brauchen Arbeitskräfte am Standort, hochqualifizierte Leute, unterschiedliche Ausprägung. Das ist ganz wichtig, dass wir die auch von außen anziehen können. Wir werden nicht alles alleine hier stemmen können. Von Finanzplätze leben, von positiver Migration, die dann auch entsprechendes Know-how mitbringen. Da müssen wir die Infrastruktur immer pflegen. Wir müssen auch die Soft-Faktoren, über die wir uns unterhalten haben, Kulturen, was alles gibt. Die Einwanderung, die Willkommenskultur, das muss jemand spüren, der hierher kommt, dass er willkommen ist. Wir müssen auch schauen, dass wir uns auf der technischen Seite auch immer weiterentwickeln, auch was wir vorher angesprochen haben. Ich meine, wir setzen jetzt ein, KI, ich würde mal sagen so 10 Prozent, manche sagen, wir sind bei 20 Prozent, ich glaube, das sind wir noch gar nicht, diese unterstützenden Maßnahmen, die unsere Produktivität steigern. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man da positiv, offen drauf zugeht und das versucht vor allem dann zu implementieren. Weil wir wissen alle, KI ist wichtig und die Frage ist aber, wo ist sie wichtig und wie, und wie kriege ich es ins Haus, wir kriegen es an den Finanzplatz, in die Häuser etc. Da wird eine ganz große Schlacht geschlagen. Manche Ökonomen sagen, also wenn man es flächendeckend einsetzen würde in der Wirtschaft, dann kann man über die Digitalisierung, KI, was da alles reinspielt, ein GDP-Wachstum von 1 bis 2 Prozent hinbekommen. Das ist eine Menge für unsere saturierte Wirtschaft. Also das, denke ich mir, zählt genauso für das Finanzgewerbe. Herr Wiesholz, Sie kennen es bereits vom letzten Mal, wir beenden unsere Podcasts, unsere Episoden immer mit so zwei Standardfragen, die sich tatsächlich nochmal auf den Standort und auf unseren Treffpunkt hier beziehen. Der Standort, Sie haben es angesprochen, was passieren darf, damit der Standort sich weiterentwickelt. Jetzt die Frage, wenn jemand sich für Finanzen investiert. Sie selbst haben lange Zeit in Tokio gelebt und gearbeitet. Was würden Sie denjenigen sagen, die vor der Frage stehen, Tokio oder Frankfurt, worin besteht die Faszination, nach Frankfurt zu kommen? Was ist das, was Sie attraktiv finden? Also ich finde hier sehr attraktiv, dass wir kompakt unterwegs sind. Der Finanzplatz ist im positiven Sinne wie ein Dorf. Also jeder kennt jeden und man hat hier die Möglichkeit, Dinge, denke ich mir, schnell zu bewegen. Schnell zu bewegen, unbürokratisch zu bewegen. Das ist die große Faszination. Je größer der Finanzplatz wird, das wissen wir auch, desto schwieriger und zäher wird es. Aber da vereint uns auch der Wille hier, und das merkt man wirklich im täglichen Geschäft, dass wir da gemeinsam was bewegen wollen. Und das ist die Faszination. Gemeinsam was bewegen. Wir sind hier im Backhaus Metzler, der fünftältesten Bank der Welt, hatte ich am Anfang gesagt. Jetzt könnte man sagen, ist natürlich auch ein attraktiver Ort, wenn man gemeinsam was bewegen will, wenn man sich gegebenenfalls auch den Finanzplatz erobern will. Warum sollte man zu Metzler kommen? Was würden Sie sagen? Ja, Metzler ist eine besondere Bank. Sie haben die Historie angesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, was die Historie aus unserem Bankhaus gemacht hat. Dieses Wertekorsett, was trägt, das nicht nur in der Vergangenheit trug, sondern auch in der Zukunft mit den Unternehmenswerten, die gelebt werden, die nicht irgendwo in der Marketingbroschüre stehen. Unabhängigkeit, Unternehmertum, Menschlichkeit. Das wird hier gelebt. Das ist wirklich vorhanden. Das ist das eine. Das andere ist diese Bereitschaft zur Veränderung. Es ist nicht so, dass unser Haus lebt von dicken Teppichen und Bilder an der Wand, Gemälde etc. Das ist eine Seite der Münze. Das Schöne an dem Bankhaus ist und das Faszinierende ist, diese Veränderungsbereitschaft und diese Entwicklungsbereitschaft. Das hat man in der Historie so. Es gab immer Umbrüche, ob die politisch waren. Die Geschäftsmodelle mussten radikalst verändert werden, damit wir weiter bestehen konnten. Und das ist im Haus. Deshalb sind wir auch der Technik so offen gegenüber. Wir testen an, wir machen, wir versuchen immer mindestens auf der Kurve zu sein. Und schön ist, wenn man es ab und zu erreicht, vor der Kurve zu sein. Und das ist unser Anspruch. Und ich glaube, das ist für jeden jungen Menschen ein Ansporn. Das nehmen wir als schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Gespräch.